Hahahaha! Bald wird dieses Land mir gehören! Hanzo halt Yukimura sicher inzwischen! Fürst Hanzo ist in der Schlacht gefallen. Unmöglich! Rechte Flanke sofort ins Zentrum! Haltet Yukimura auf! Mein Gott! Ist er etwa kein Mensch? Yukimura! Dein Tod ist nahe! Gut gemacht! Sanada, du bist Japans größter Held! Nun endet das Chaos.